Peter Pakkult ist ein ehemaliger österreichischer Fußballspieler und jetziger Trainer. Spielerkarriere Stationen seiner Karriere waren der Floretsdorfer AC Wiener Sportklub SK Rapid Wien FC Swarovski Tirol FC Stahl Linz, TSV 1860 München und FK Austria Wien. Seine größten Erfolge waren die Meisterschaften 1989 und 1990 sowie die Cup-Siege 1985 und 1989. 1985 erreichte er außerdem das Finale des Europacups der Pokalsieger und stieg 1994 mit den Münchner Löwen ins deutsche Oberhaus auf. 1984 wurde er in Österreich zum Fußballer des Jahres gewählt. Er absolvierte 24 Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft und erzielte dabei ein Tor. Trainerkarriere Nach Ende seiner aktiven Karriere wurde er Co-Trainer beim TSV 1860 München und trainierte gleichzeitig von 1996 bis 1998 und vom 1. April 2001 bis zum 30. Juni 2001 die Amateure der Löwen. Er war vom 18. Oktober 2001 bis 2003 als Nachfolger von Werner Lorand, Cheftrainer beim gleichen Verein. Ab 2004 war er Trainer beim FC Kärnten. Die Zusammenarbeit endete zum 30. Juni 2005. Am 19. Mai 2005 erzielte er in Münchens Allianz Arena bei der Generalprobe für die offizielle Eröffnung das erste Tor im Stadion. Am 28. Dezember 2005 wurde er als Trainer beim Zweitligisten Dynamo Dresden verpflichtet. Am 14. Mai 2006 stieg er mit Dynamo Dresden in die Regionalliga ab. Nachdem er zunächst mit Dresden erfolgreich in die Regionalliga-Saison gestartet war, bat er im September 2006 um Auflösung seines Vertrages. Parkholt wurde aus seinem bis 2007 gültigen Vertrag bei Dynamo Dresden herausgekauft und betreute ab diesem Zeitpunkt die Kampfmannschaft von Rapid Wien. In Parkholtz' erster Saison erreichte Rapid den vierten Platz, der den Einzug in den UE-Cup bedeutete. In der darauffolgenden Saison erreichte er über den UE-Cup das eigentliche Saisonziel – den UEFA Cup. In der Saison 2007-08 gewann er mit Rapid auf nationaler Ebene die Meisterschaft. Der 7-0-Auswärtssieg beim Wiesemeister FC Red Bull Salzburg erregte auch international Aufsehen. Im Europa Cup konnten hingegen vorerst keine Erfolge verbucht werden. Die angestrebte Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League oder des UEFA Cups wurde verpasst. 2008-09 wurde Rapid Wien aber unter Peter Parkholt hinter Red Bull Salzburg Wiesemeister. Im Sommer 2009 überraschte Parkholt, als er sein Trainerteam auswechselte. Leopold Rotter wurde anstelle von Zoran Barisic Co-Trainer und Manfred Kohlbacher löste Peter Zajicek als Tormantrainer ab. In den Saisonen 2009-2010 und 2010-2011 schaffte er mit dem SK Rapid den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League. Dabei wurde zweimal der englische Club Aston Villa ausgeschaltet. Nach dem Anfang April gerüchte über eine künftige Zusammenarbeit zwischen Parkholt und Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz sowie ein Gespräch mit Mateschitz bekannt wurde, löste die Vereinsführung des SK Rapid Wien am 11. April den Vertrag aufgrund massiven Vertrauensbruchs mit sofortiger Wirkung auf. Parkholt tauchte eine Zeit lang ab und verzichtete auf eine Pressekonferenz, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Zur Saison 2011-12 wurde Parkholt neuer Cheftrainer bei RB Leipzig und somit Nachfolger von Thomas Oral. Er unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. Nachdem der Mannschaft unter Parkholt der Aufstieg in die 3. Liga nicht gelang, geriet er im Umfeld in die Kritik. Anfang Juli 2012 löste RB Leipzig Parkholt durch Alexander Zorniger ab, der zuvor Trainer der SG Sonnenhof-Gossasbach war. Am 18. Dezember 2012 wurde bekannt, dass Parkholt zukünftig erneut als Trainer bei Dynamo Dresden tätig sein wird. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014, welcher jedoch nur Gültigkeit für die 2. Bundesliga besaß. Dresden belegte in der Abschlusstabelle der Saison 2012 Dreizehntel den drittletzten Platz, setzte sich aber in der Relegation gegen den drittplatzierten der 3. Liga VfL Osnabrück durch und schaffte damit den Klassenerhalt, wodurch sich Parkholt's Vertrag automatisch verlängerte. Nach Misslungen im Saisonstart mit 2 Punkten aus den ersten 4 Spielen und 2 Heimniederlagen innerhalb von 9 Tagen wurde Parkholt am 18. August 2013 von Dynamo Dresden beurlaubt. Nach einer anderthalbjährigen Arbeitslosigkeit wurde Parkholt am 22. April 2015 beim erst im Sommer 2014 aufgestiegenen österreichischen Zweitligisten Floridsdorfer AC als Trainer verpflichtet. Gelang dem FAC unter Parkholt während der Saison 2014 Fünfzehntel noch der Klassenerhalt. Verbuchte der FAC in der neuen Saison 2015 Sechzehntel eine Negativ-Serie von 10 Niederlagen in Folge. Als am 23. September 2015 auch noch die Niederlage im EFB Cup gegen den steirischen Landesligisten FC Lankowicz erfolgte, somit die 11. Niederlage in 11. Pflichtspielen, zog Parkholt die Konsequenzen und legte am 24. September 2015 sein Traineramt nieder. Am 6. Oktober 2015 wurde Parkholt neuer Trainer des slowenischen Vereins NKZ AVLC, wurde jedoch bereits nach zwei Wochen entlassen. Kritik Am 8. April 2012 soll Peter Parkholt nach dem 2-1-Sieg des von ihm trainierten RB Leipzig gegen Sankt Pauli 2 einen gegnerischen Fan mit schwule Sau beschimpft haben. Ein Bildredakteur bezeugte diese Ausfälligkeit. Daraufhin wurde Parkholt vom Sportgericht des DFB wegen Unsportlichkeit zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017